Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur abendlichen Marktbesprechung. Mein Name ist Dennis Gürtler, heute ist Freitag, der 6.9.2016. 18.39 Uhr haben wir es ganz genau und wir blicken auf einen schwachen europäischen Markt zurück. Das muss man sagen. Wir beginnen aber nicht mit dem DAX oder mit dem S&P, wie gewohnt, sondern mit der Deutschen Bank. Fast 9% ging es heute hier nach unten. Damit wurde auch die bärische Flagge aktiviert und die zog unter anderem den DAX etwas runter. Allerdings muss man auch sagen, es lag nicht nur an der Deutschen Bank, E.ON, Volkswagen, Commerzbank, RWE, Bayer, Daimler, also durchaus die anderen Schwergewichte, Allianz, hier Conti, auch da alle knapp 2-3% im Minus. Es ging heute nach unten an dem dreifachen Verfallstag. Während sich die amerikanischen Indizes kaum bewegten, Minus 0,3, Minus 0,4%, kaum was. Deutsche Bank massiv abgestraft und übergeordnet setzt sich das Drama fort. War das zu erwarten? War das überraschend? Nun ja, Test an der 100er EMA läuft nicht immer perfekt, aber in dem Bereich ist nun mal der Trend ganz gut durchkonsolidiert und darüber hinaus war es einfach auch ein schönes Pullback hier und soweit eigentlich ganz passend. Alles in allem muss ich sagen, der Abwärtstrend ist noch intakt auf dem Tageschart. Wir sind hier weiterhin in einem völlig durchkonsolidierenden dynamischen Markt. Das Momentum auf dem Wochenchart ist immer noch deutlich zu sehen. Wir sind unter der Wochen EMA 20 genau und da ist das, was hier eben die 100er ist, auf Daily ist dann die 20er, auf Weekly nimmt sich nichts. Aber man sieht, da ist es immer ganz gut durchkonsolidiert und sollte es jetzt hier unter die 11-Euro-Marke gehen, ja, viel Spaß. Alles ist in Ordnung in der Deutschen Bank und das sieht nicht aus wie Lehman Brothers. Nein, naja gut, das nur als lockeren Kommentar an Buy. Ganz im Gegenteil zu Apple, im Gegensatz zu Apple, hier ist sehr, sehr Bullish, Flagge nach oben ausgehebelt. Also hier kann man Rückläufe zum Kauf nutzen, gerade untergeordnet auf dem H4-Chart. Wäre es nochmal schön, hier etwas tiefer reinzukommen, naja, im Bereich so von 108 Dollar. Google ist auch noch sehr interessant, also die habe ich mir heute nochmal angeguckt, hier im Ausbruch dann. Ansonsten, oder eben hier unten bei 665, kann man sich auch nochmal angucken. Aber zurück zu den Indizes, also DAX heute hier unter Druck, leicht, also so gesehen, direkt von der Eröffnung aus gesehen. Also da gibt gar heute knapp, glaube ich, 10 Punkte nach oben gesehen, ansonsten nur Short. Sehr schön war heute der Durchbruch hier, kann man auch nichts meckern. Wo war das? Hier, der hier, Engstopper, wunderbar. Also das war eine schöne Geschichte. Ja, ansonsten, ich war heute eher defensiver unterwegs, also habe kaum getradet. Da gab es auch nicht allzu viel in dem Fall. Gerade im Dow Jones wollte ich hier etwas später kaufen, aber die Volatilität ist so gering. Auf dem Stundenchart sieht man das Ganze rumgeeiere heute. Also da gab es eigentlich kaum was. Eigentlich kann man sagen, der Markt hat sich nicht bewegt. Das sieht man deutlich. Wir hatten gesagt, die einzige Kaufmöglichkeit wäre bei 18.080. Gut, bei 80 ist er dann auch gedreht, aber hat dann im Hoch hier knapp 60 Punkte gemacht, hätte man gehalten 30. Ist okay, aber ist jetzt auch nicht bombastisch. Und daher, kaufen kann ich immer noch nächste Woche. Gerade dieses Durchbruchsniveau wird relevant. Ansonsten eiert er ja hier rum. S&P ist ja hier ohne wirkliche Trendlastigkeit unterwegs. Höhere Hochs, gleichzeitig aber auch tiefere Tiefs, dann tiefere Hochs. Wir haben hier alles dabei, eine Verschachtelungssituation. Wir hatten das auf dem Tageschart ja hier deutlich gemacht. Das sind die problematischen Felder, beziehungsweise hier diese zwei Außenstäbe. Freitag, Montag. Das sind die Attentäter, die Übeltäter. Und wenn man so will, haben wir hier sogar noch einen dritten Außenstab. Also von daher, wenn überhaupt, muss er mal hier die 2.164 brechen. Short nach unten, den gefällt mir gar nicht gegen die 200er. Da halte ich mich komplett raus. Nestec auch hier, muss ich sagen. Gerne kaufe ich ihn nochmal bei 4.773 oder beim Ausbruch über 4.850. Der Einzige, der heute so richtig clean, gecuttet lief, also der wirklich sauber direkt auf den Punkt lief, der hat abgeliefert heute. Wunderschönes Ding. Wir hatten gesagt, keine Positionierungen, wenn der Markt hier in dieser Range ist. Egal wo er ausbricht, die Positionierung wird interessant für den Durchbruch oder für die Korrektur. Und der Durchbruchstraight wurde es dann heute nicht die Welt, aber immerhin sehr sauber gelaufen. Es muss nicht immer viele Pips geben, sondern auch vor allem die Sauberkeit ist relevant. Ja, jetzt aus der Korrektur heraus, der Short im Pullback, das wäre gegenwärtig so bei 1.12. Der US-Dollar heute deutlich stärker. Britisch fund US-Dollar auch hier durchgebrochen. Zack, nach unten. Da gab es dann genauso ein Momentum. Also das war schon ordentlich, was wir heute gesehen haben. Da kann man sich jetzt nicht beschweren. Hier, was das angeht, US-Dollar, Japanisch Yen, hier blieb weiterhin in seiner Range. Der US-Dollar konnte heute ein bisschen zulegen. Sehen wir auch im Thema Gold, Silber, Silber heute oder beziehungsweise Silber hier etwas unter Druck, Gold auch etwas unter Druck, noch über der Tages-EMA 100. Der Euro-Australisch-Dollar kann man sich auch nochmal angucken. Hatten ja gesagt, zu weit in der Bewegung. Wenn hier die Konsolidierung kommt, wird es hässlich. Und ja, ist seitdem 160 Pips gefallen. Wobei, er hätte auch noch ein bisschen weiter steigen können. Es ändert nichts dran. Aus der Konsolidierung die 1.48.11. Die 1.48.11 ist sehr, sehr interessant. Ja, so würde ich es lassen. Also Dow Jones, wie gesagt, kaum Bewegung. Aber eher leicht shortlastig. Kann man nächste Woche kaufen. Erst auch wieder ab 18.260. Das läuft nicht weg. DAX heute massiv unter Druck. Wir hatten hier gerade diese gebrochene Unterstützungszone. Kurzer Pullback. Also das ist noch nicht wirklich Bullish. Bullish ist das erst wieder ab 10.480 Punkten. Nämlich, wenn er das hoch der Range hier nach oben hin aushebeln kann. Das ist ein zentrales Niveau. Diese zwei orangen Widerstände müssen ausgehebelt werden. Das sind gegenwärtig noch 180 Punkte. Aber gut, so ist es eben. Ansonsten bleibe ich da jetzt noch zurückhaltend. Denn Platz nach unten ist Tages EMA 200? Das ist die nächste Marke, die hier in den Fokus kommt. Und daher werde ich jetzt hier nicht reinshorten. Aber ich werde jetzt hier auch noch nicht reinkaufen. Kaufen kann ich immer noch mit den Hochs hier ab 480. oder wenn, das ist auch äquivalent, gleichbedeutend zum Dow bei der 18.260. Also 18.260 oder 10.460 sind dann hier ähnlich zu werten. Ansonsten nächste Einstiegsmöglichkeit 10.160 bis 10.200 Punkten. Und gegenwärtig jetzt nichts mehr. Zu schwach, keine Longs. Gerade wenn der Dow auch jetzt hier noch nicht abliefert. Gut, die 18.080 haben ein bisschen gehalten. Würde ich vermutlich auch übers Wochenende mitnehmen. Die 30 Punkte, wenn jemand das noch bis dato gehalten hat. Bis jetzt, für diejenigen, die das mitgehandelt haben. Und ja, das erstmal zum Thema Wochenende. Denn ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Und wir sind am Ende angelangt, was das angeht. Genießen Sie Ihre freie Zeit. Lassen Sie Börse Börse sein. Wochenende ist Zeit, um sich zu erholen. Nächste Woche greifen wir dann wieder neu an. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Good Trades und bis Montag. Auf Wiedersehen.